Nach einer langen Abstinenzphase begrüße ich euch nun wieder zu einem Let's Play von Armored Warfare und das ist wirklich die aller allererste Runde überhaupt und dementsprechend fange ich natürlich auch mit dem T1 M113 an, wie ihr hier seht. Gerade auf T1 macht der schon sehr viel Spaß und dann sieht hier natürlich auch das Thema Ersatzteile, aber ich kann mir noch nichts wirklich leisten, dementsprechend lasse ich da mal alles so, wie es ist. Und man könnte natürlich auch, und das finde ich immer ganz schön, die Chronik und Klassenmerkmale anschauen. Die Chronik finde ich auch immer sehr spannend, dass es in dem Fall ein Transporter ist mit Aluminiumpanzerung, natürlich auch nur bedingt, also wie im Fahrzeugbau wird da die Panzerung oder beziehungsweise der Aufbau immer ergänzt. Komposition Wanne, in dem Fall Militäraluminium, aber genug von den Hard Facts, wir schauen uns lieber den Panzerjanz in der Runde an. Und da sind wir jetzt nur im Warteraum, ihr seht es immer hier ganz schön, Tier 1, wie viele Leute da sind, deutlich schon mehr als früher, aber auch Tier 8 ist schon viel unterwegs. Da gibt es schon einiges. Die Wartezeit ist mittlerweile recht angenehm, da braucht es nicht viel. Und dann sieht hier ein bisschen was über 20 Sekunden und das ist mehr als akzeptabel. Stiller Fluss und reines Tier 1 Gefecht, beziehungsweise der Gegner hatte mit seinem Petten Glück, ist hier in Tier 2 reingerutscht. Also von dem her minimale Vorteile beim Gegner. Die Wartezeit auch absolut akzeptabel, man darf ja nicht vergessen, hier während der Aufnahme sozusagen, wird ja auch immer ein bisschen die Festplatte in Mitleidenschaft gezogen und dementsprechend auch bei mir eine etwas längere Ladezeit, als wahrscheinlich bei euch der Fall ist. Der Chat ist lustig. Fuck you, WG, bad matchmaking. Ja, da wird ein bisschen getrollt. So. Da kommt schon das Flugzeug runter, sehr schön und stimmungsvoll. Zur Grafikeinstellung, es sei vielleicht gesagt, es ist alles auf sehr hoch eingestellt, very high und dementsprechend, ja, schaut es so aus, wie es aussieht. Aber ich merke gerade, es läuft ein bisschen unperformant in der Aufnahme, dann heißt, da seid man live dabei, seht hier die Einstellungen. Wir stellen mal so ein bisschen runter. Wasserdetails finde ich immer persönlich nicht so hoch. Es gibt auch noch eine Ultrastufe. Schatten finde ich jetzt auch. Spezialeffekte, Lichteffekte. Beleuchtung, so ein bisschen was runterstellen, dass es auch für euch zum Ansehen angenehmer ist. Bestätigen, schließen und hoffentlich wird es ein bisschen besser. Ich muss aufpassen, hier bin ich ja schon eher spät. Aber da passiert mir Gott sei Dank nichts. Komm schon raus. So, da habe ich was erspäht. Und da habe ich doch gleich einen Kill gestealt. Damit kann ich leben. Hier in der Stadt passiert jetzt gerade einiges. Da muss ich mal hin. Also ich glaube, von Optik braucht man nicht reden, was das schönere Spiel ist. So, den konnte ich auch zerstören. Nur aufpassen. Der Wodka steht da auch noch. Na, wenigstens getroffen. Allerdings nicht sonderlich beeindruckt gewesen. Der Junge. So, jetzt habe ich hier den PT-76, der natürlich... Oh, gut, jetzt bin ich im Reload. Er ist aber weg, Gott sei Dank. Und aufpassen, bin hier erspät, beziehungsweise gespottet. Und natürlich, auf dem Reload sollte man aufpassen, nicht so wie ich gerade. So, jetzt bin ich im Reload mal wieder. Jetzt muss ich aufpassen, weil mit einem, mit dem nächsten Schuss, würde er mich fertig machen. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal weg von der Action hier. Und ich glaube, ich habe es geschafft, dass ich mich erstmal hier so ein bisschen verziehen konnte. Jetzt ist er nämlich auch erledigt worden. Und wie gesagt, seht mir bitte am Anfang der Runde nach, dass ich da die Einstellungen noch anpassen musste. Aber ich wollte es wirklich ganz unverfälscht mit der ersten Runde aufnehmen. Ich weiß auch nicht warum, aber das war mir jetzt irgendwie wichtig. Der Petten wiederum als Gegner wäre ja sehr unangenehm, weil da wird es schon schwieriger durchschlagen. 30 Schuss hat übrigens das Magazin. Das wollte ich sagen. So, da hat der M113 da drüben es erstmal klar gemacht. Ich fahre da jetzt auch mal rüber. Ich nehme jetzt da den bisschen längeren Weg auf mich. Dabei sehen wir uns auch gleich noch das Wasser an. Nur aufpassen hier. Und wir machen gleich eine Tauchfahrt. So. Aber das funktioniert. Und hoch geht's. Wie gesagt, grafisch nach wie vor ein tolles, wunderschönes Spiel. Aber die CryEngine ist halt einfach auch Wertarbeit. So, der M113 hat da den PT-76 schon aufgemacht. Ich hoffe, er spottet den nochmal. Mal, dass ich hier den verschießen kann. Ich bin im Reload. Und weg haben wir ihn gemacht. Das war gutes Teamwork. Wir haben leider da einen AK M113 hinten in der Basis. Nicht gut geämmt. Gerade auch der gegnerische Patton, der wird jetzt auch bestimmt bald zu uns stoßen. Geschwindigkeit fühlt sich gut an. Das kann man einfach, das muss man sagen, kann man immer wieder mal betonen. Nein. Da hat er mich rausgenommen. Ich dachte, ich schaffe ihn auf jeden Fall vorher. Aber in dem Fall leider nicht. Beziehungsweise der Petner hat mich zerstört. Ja, schade, schade. Aber trotzdem, für die erste Runde glaube ich, trotzdem ganz in Ordnung. Oh, jetzt geben sich die hier nochmal. Und jetzt ist leider nur noch der letzte, der M113, der AFK ist, am Leben. Wir schauen jetzt natürlich auch noch schnell die Zerstörung an, weil dann erst die Endauswertung da ist. Schade, dass der AFK war. Hätte zumindest noch ein bisschen mehr rausspringen können dabei. Aber ich denke, dass man zumindest mal einen schönen Einblick hat in den M113er und natürlich auch mal in dieses Spiel, weil es einfach schon so lange nicht mehr bei mir auf dem Kanal war. Längst überfällig. 113 Grad im Reload. Aber jetzt geht's rund. So nimmt er den raus. Und dann war's das. Leider eine Niederlage, aber auch die gehört zu jedem Multiplayer-Spiel einfach dazu. Nun wird der Ladevorgang für den Hangar und da wird dann die Endauswertung präsentiert. Und da sind wir auch schon. Ich hab 1648 Schaden gemacht, 7 er spät, 4 Assists gegeben. In dem Fall hab ich Premium-Account. Also gab's schon gut XP und auch Credits für eine Niederlage. Vom Team her hab ich mich hier auf Platz 1 verkauft sogar. Also scheine ich mich wirklich gut verkauft zu haben. Und hier sieht man auch nochmal Details, wie viele Feinde eliminiert ich hab und sonstiges. Auch nochmal feindlicher Schaden, was das an XP alles gebracht hat. Finde ich schön, dass man das auch nochmal wirklich im Detail sieht. Von dem her hoffe ich, dass euch die erste richtige Let's Play-Folge von der Open wieder gefällt. Und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.